Ganz bestimmt haben Sie schon eine Live-Veranstaltung auf YouTube miterlebt von einem anderen Kanal. Und an diesem Training möchte ich Ihnen aufzeigen, wie Sie diese Technologie erfolgreich für Ihr Business einsetzen können. Wir schauen uns die Technik an. Das braucht nicht mehr als ein Smartphone, um mit Live zu arbeiten, um auch live gehen zu können. Ja, selbstverständlich zeigen wir aber auch Upgrade-Optionen auf. Wie könnte man noch besser die Produktion gestalten? Aber im Wesentlichen ist der Ablauf das Entscheidende, weil am Schluss möchten Sie ein erfolgreiches Ergebnis. Das heisst, wir zeigen auf, wie Sie dieses Live inhaltlich auch gestalten. Wie Sie diese Präsentation erfolgreich durchführen, sodass das Ziel, was Sie sich wünschen, auch erreicht werden kann. Jetzt ist es so, dass Sie, um auf YouTube aktiv zu sein, brauchen Sie einen Kanal. Und dieser Kanal braucht Abonnenten. Und wir zeigen auf, wie Sie zu mehr Abonnenten kommen, mit einer einfachen Werbeanzeige. Vielleicht haben Sie andere Massnahmen, wie Sie Abonnenten gewinnen. Der Clou ist dann am Schluss. Diese Liste von Menschen, die grundsätzlich sagen, Ihr Thema interessiert mich, die erreichen Sie bei weitem am besten mit Live. Die meisten Social-Media-Plattformen, eben YouTube, wie auch Facebook, Instagram und so weiter, bevorzugen im Moment Live-Content viel mehr als jede andere Form von Inhalten. Das bedeutet, man erreicht diese Liste von Menschen bei weitem am besten, wenn man regelmässig etwas live macht. Und das Schöne ist, wenn man weiss, wie, kann man natürlich am Schluss seiner Live-Produktion auch eine entsprechende Handlungsaufforderung, sei es ein Kauf, eine Anmeldung oder das Vereinbaren von einem Termin, wunderbar platzieren. Das alles zeigen wir an diesem Training. Ich würde mich riesig freuen, wenn Sie dabei sind. Klicken Sie auf den Button und wir sehen uns live am Training. Ich würde mich freuen, wenn Sie dabei sind.